Ja, hallo meine Freunde, der Sonne, da sind wir wieder und ja, jetzt kommt natürlich die ganz, ganz, ganz große Entscheidung, wem wir von den beiden heilen sollen, ob wir die Mia heilen sollen oder die Zoe heilen sollen und muss ich sagen, fällt mir wirklich sehr schwer und das Spiel ist auch sehr gemein, weil ich muss sagen, mit Zoe haben wir ja, zumindest hier in dem Gebiet, hat man ja eine kleine Verbindung aufgebaut. Sie hat uns ja bis hierhin gebracht, ohne Zoe wären wir gar nicht bis hierhin gekommen und sie hat das Heilmittel für uns hergestellt. Mia ist unsere Lebenspartnerin, man weiß natürlich aber auch nicht, ob sie vorher, ob wir Streit hatten, ob das alles so funktioniert hat, also über Mia weiß man halt nicht so viel, außer dass sie unsere Lebenspartnerin ist, das ist so unfassbar schwierig. Aber ich muss jetzt eine Entscheidung treffen und ich treffe sie natürlich jetzt, ja, ist natürlich extrem schwierig, aber ich treffe sie und ich finde, das Heilmittel hat eigentlich mehr die Mia verdient als die Zoe und deshalb können wir, ja, doch, doch, wir heilen Mia. Ist okay, ich war dumm zu denken, ich könnte fliehen, aber Zoe, geht's, geht's schon, ihr beiden? Komm mit uns, es gibt sicher jemanden, der helfen kann. Hier ist mein Zuhause, offenbar gehöre ich hierhin. Ich werde Hilfe schicken. Brauchst du nicht. Es wird niemanden zum Helfen mehr hier sein. Scheiße. Boah, das tut mir so leid für die Zoe, weil die Zoe hat uns wirklich eigentlich bis hier hingebracht, ne, muss man ja wirklich sagen. Aber mit der haben wir halt keine, keine, ja, krasse persönliche Bindung. Ethan, vielen Dank. Wen hätte ich denn sonst wählen sollen? Ethan. Mia, ich weiß, du hast viel durchgemacht. Wir müssen reden. Du hattest was damit zu tun, nicht wahr? Sieh doch, ich will nur die Wahrheit wissen. Ethan, ich erinnere mich wirklich nicht. Versuch's. Und hier ist das Schiff. Wie ist das nur hierher gelackt? Du bist in Ordnung. Was zur Hölle war das? Was zum Teufel? Was ist das? Was ist das? Tja, und hier hat er all das Übel angefangen. Und ich glaube, hier wird auch all das Übel enden. Mami, hier lang. Oh. Wie spinnt Mia. Wie spinnt Mia. Wie spinnt Mia, okay. Okay, jetzt wird's nochmal sehr interessant. Tja, und ich denke mal von dem Schiff ist das Virus ausgelaufen. Ich nenne es jetzt mal ausgelaufen. Nur die Frage ist, wer hat uns jetzt gerade hier gerufen? Also das ist wirklich so eine Frage, die ich mir gerade stelle. Eben ist nicht tot, wir wurden jetzt nur mitgenommen. Okay, Eben ist nicht tot. Ich würde wissen, was passiert wäre, wenn wir Zoe gewählt hätten. Schiff könnte mal echt einen neuen Anstrich hier gebrauen. Das sieht doch nicht mehr. Ja, also bitte. Okay. Das sieht eigentlich noch ganz, äh, ganz gut aus, ne? Alle Kabel sind dran. Alle Leiter, alle, ähm, Sicherungen und sowas. Aber hier, die ist zum Beispiel, sieht nicht mehr so aus. Ne? Sollte man Elektroniker hierher kommen, ne? Ich sorge ja nur. Wäre vielleicht... Sinnvoll. Okay. Oh, okay. Haben wir gerade das Schiff gesehen, äh, wie es aussah. Also noch beschissen, ne? Eigentlich... Also eigentlich ist es jetzt besser. Aber wir haben eine Vision. Es ist die große Frage, gibt uns jemand die Vision? Oder, ähm, sind wir vielleicht doch nicht so wirklich von dem Scheiß geheilt? Und irgendjemand hat uns ja am Anfang gerufen, er möchte eigentlich, dass wir hier hinkommen. Ich will das nie. So, Yvon, ja gut, ist jetzt blöde, ne? Ist jetzt doof, aber, ne? Ich bin jetzt dem Moment ja die Mia und ich würde jetzt einfach sagen, nee, ich hab eigentlich keinen Bock mehr auf die Scheiße. Ich hau jetzt einfach ab. Das Problem ist, dadurch kann das Virus sich ja, ähm, ja, weltweit verbreiten, ne? Und wer die Wesson Evil Teile kennt, äh, unterwegs, ist nicht so schön, du. Ist nicht so schön anzusehen. Okay. Warum kann ich hier irgendwas öffnen? Einfach nur so. Okay. Hier ist eine Luke, da muss ich bestimmt rein. Aber ich will erstmal ganz kurz hier gucken. Aha. Spree. Würde zu wegwischen, denke ich mal, sein, wenn die was auf die Tafel schreiben. Hä? Ganz wichtig. Hätten die das Spree mal... Okay, uns fehlt irgendwas. Hätten die das Spree mal dafür benutzt, um den Virus wegzuwischen, ne? Ja, ja. Wir müssen irgendwie... Warum? Sie sind tot. Sie sind alle tot. Was ist? Der Maschinenraum. Wovon zum Teufel redest du? Sie hat sich alle umgebracht. Sie. Oh, Mist. Was zur Hölle passiert hier? Wir brauchen Waffen. Gibt's hier irgendwelche Waffen? Äh, ich weiß nicht. Warum? Aber wir gehen hier lang. Vielleicht kommen wir hier raus. Sie hat sich alle umgebracht. Also sie, sie und... Also sie ruft uns ja jetzt auch. Also nein, wir sind nicht schizophren oder so, sondern sie hat uns wirklich gerufen, ne? Ihr habt's auch gehört, ja. Also weh, ihr sagt jetzt hier von wegen... Nee, ey. Stimmt gar nie. Okay. Hier ist Zuschauter. Und gehen wir mal hier längs. Äh. Warten wir hier nicht. Äh? Nee. Sie nur... Äh. Alter. Schreck mich mal nicht so. Ja, er hat sich versteckt, aber hat sich... Hat nicht so viel gebracht und sie ist nicht mein Kind. Okay. Okay, das ist einfach nur... Okay, die Namen von der Mannschaft hier auf dem Schiff. Warte mal, ist da jemand, den wir vielleicht kennen könnten? Nö. Man könnte jetzt hier auch schön duschen. Okay. Sie ist inside me. Okay. Hä, was? Äh, wie, wie? Moment mal. Kann das sein, dass die vielleicht jetzt in uns ist auch? Kann das sein, dass die die ganze Zeit in mir vielleicht war? Kann das sein, dass ich gerade kompletten Schwachsinn rede? Ja, ich würde mal sagen, ein bisschen schweißen, dann sieht das Schiff wieder wie neu aus. Ein bisschen aufräumen, ne? Und dann läuft die Sache wieder. Da ist sie. Wow. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es mir ein klein ist. Aber erinnerst du dich? Will die damit zeigen, wie es mit dem Virus ist? Wie schön das ist, den Virus zu haben? Aber ich habe auch das Gefühl, sie möchte uns ja nicht töten. Sie möchte uns ja irgendwie was zeigen, ne? Oh, vielleicht will ich das gar nicht sehen, Mensch. Keinen anderen Weg gibt's nicht, ne? Wir müssen jetzt hier hin, okay. Ja. Die Vegetation hat schon das Schiff erreicht. Gut, liegt da schon zweit. Lass mich hier rein, du. Spinni. Aha. Wie seltsam im Moment. Die Flasche haben wir seitdem wir in Vegas anwesend sind. Also nicht von Schiff aus, sondern die... Da will ich eigentlich gar nicht hin, ne? Oh, ey. Weil das dumm ist, wir können uns ja irgendwie... Äh, nee, werden, ne? Oh, bitte was? Oh, Alter, das Ding verfolgt uns ja immer noch. Äh, hei? Äh. Äh, leck mich doch. Was soll ich denn jetzt hier machen? Meine Freunde, der Sonne. Wie ist das denn hier eigentlich so ein Safe Boom, wo man nicht sterben kann? Äh, Alter! Ich habe irgendwie das Gefühl, kann das sein, dass wir irgendwo was verpasst haben? Vielleicht eine Waffe oder so? Weil ich kann mir... Äh, soll man jetzt echt ohne Waffe hier rumlaufen? Okay, wir brauchen hier für was. Das kann man hier einfach die... Hm, okay. Da hinten ist so ein Kriechstall. Da ist ja auch so ein Kriechstall. Hier drin... Okay, wir brauchen irgendwo... Hier ist Heilkraut. Ich glaube, wir müssen irgendwo ein Messer finden. Das sind die Chemikalien, okay. Trommel ist leer, Trommel ist leer, Trommel ist leer. Ich gehe jetzt mal kurz hier hin. Ich will mal kurz gucken, ob wir hier was finden. Hier, wir laufen noch mal kurz hier rum. Ach, nee, Alter. Aber wir könnten doch jetzt einfach, glaube ich... Ich habe zwar das Gefühl, dass wir ein bisschen was verpasst haben, aber... Ähm, ich weiß halt nicht wirklich, was ich da jetzt machen soll. Hä? Ach, auf der Etage ist es nicht verschlossen. Okay. Kann ich mal aufhören, hier Fernsehen zu gucken, Mensch? Ich möchte keine Familie mit dir sein. Verpissen sie sich. Aber gut. Ach, die Kleine, die Kleine ist doch süß. Die ist doch voll süß. Testsubjekt E001. Okay. Top Secret. 5. Oktober 2014. Okay, da bin ich mal gespannt. Erwin, dein Zustand wird schlimmer. Sie muss mich beim Angriff infiziert haben. Und es ist schon so weit fortgeschritten. Aber das geschieht mir recht. Sie ist wegen mir entkommen. Ja, es ist deine Schuld. Das heißt nicht, dass ich dich sterben lasse. Wie hat sie nicht angegriffen? Das ist Teil ihres Prägungsprotokolls. Ich kann nicht glauben, dass das passiert. Hier. Die Flasche. Ihre Gewebeproben. Finde sie. Präg's in Ordnung. Okay, Evie. Wo bist du? Okay, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, wir sind Mia und Leiter Alien Troni und Mia Winters. Okay. Das erklärt, aktuelle Berichte legen ein hohes Risiko, nahe, dass Evelyn, ähm, was? Nahe, dass Evelyn, sollte sie an ihrem gewalttätigen Ort verbleiben, von unseren Gegnern gestohlen wird. Ihre Befehle lauten deshalb, Evelyn, zur sicheren Verwahrung bis auf Weiteres zu unseren mittelamerikanischen Zweigstelle zu transferieren. Während des Transportes sind folgende Anweisungen zu befolgen. Verhalten sie sich stets wie die Eltern von, was? Wie die Eltern von Evelyn? Sieht sie uns vielleicht als Mami? Deshalb hat sie ja gesagt, Mami hier entlang, ganz am Anfang. Um Verdächtigungen zu vermeiden, kontrollieren sie Evelyns Zustand mit dem bereitgestellten Genom-Kodex. Sollte die Mission ihr, ihr, wer ist so, ihr, wer sie will, scheitern, ist Evelyn zu beseitigen. Also, wir haben ja am Anfang auch gehört, wo wir das Schiff, ähm, also in der Gegenwart, ähm, wo wir aufgewacht sind. Hat sie ja zu uns Mami gesagt, ne? Okay, okay, hat sie Mami zu uns gesagt. Das ist ja geil. Das Ding hätten die uns die ganze Zeit mitgeben können. Jo, was soll denn das? Bang, 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 bang. Kann ich auf den eigentlich schießen? Ach ne, okay, da hört die Mia schon automatisch auf. Ja, und wie es weitergeht, ähm, erfahrt ihr in der nächsten Folge. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde das langsam sehr spannend. Also, es klärt sich natürlich jetzt gerade einiges. Und wieso Mia so weit weg war. Und wieso Mia vielleicht ein beiges Haus war. Und, 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 und. Also, es klärt sich gerade wirklich vieles. Was ich sehr cool finde. Und, ähm, ja. Ich hoffe, ihr seid in der nächsten Folge dabei. Sein Haut rein und tschüss.